Hallo, ich bin der Falk von der Firma Bogenjagd Profi und heute wollen wir euch das Elevation Harness vorstellen. Ja, viele nutzen bisher noch nicht diese Harness, also im Prinzip die Halterungen für Ferngläser. Ich kann die nur jedem empfehlen, man denkt immer so ein bisschen, ja die stören und das tun sie überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die Ferngläser lassen sich viel, viel angenehmer tragen, sie sind immer sicher verpackt, das heißt auch wenn man mal irgendwo anschlägt, wenn man irgendwo draufklettert, das Glas ist immer sicher. Ich habe schon viele Harness auf der Yacht getestet, ich muss sagen, das eine oder andere hatte immer irgendwelche Nachteile und hier der große Vorteil, die neuen von Elevation, die wir jetzt im Programm haben, sind einfach super, weil die sind absolut geräuscharm. Man kann dies aufklappen, es hat einen Magnetverschluss, man hört da gar nichts. Dann habe ich hier jetzt mal das, als Beispiel das Calis Helia RF drin und auch hier im ganzen Bereich ist einfach dieses Harness mit weichem Samt ausgestattet. Das führt natürlich auch dazu, dass es super leise ist, macht also keine Geräusche und nichts. Weiterhin im Lieferumfang ist auch noch enthalten ein Reinigungstuch, das ist innen drin integriert, das kann ich gerne mal rausholen. Also auch wenn mir dann auf der Yacht was passiert, hier mit einem Bindfaden dran, kann ich hier sogar das Okular oder das Objektiv gleich reinigen in der Form. Auch hier seht ihr nochmal, das Glas ist zusätzlich noch gesichert, selbst wenn es mir irgendwie rausfällt aus irgendwelchen Gründen oder ich es daneben stecken sollte in der Aufregung, es kann nicht weg. Es ist immer hier fest dran und ansonsten lasse ich es hier einfach wieder in das Harness fallen und mache das hier zu über den Magnetverschluss und dann ist alles sicher und top. Es lässt sich super angenehm tragen und was halt auch noch ein großer Vorteil ist, es hat verschiedene Taschen an den Seiten noch dran, auch unten drunter hat es noch eine Tasche, da kann natürlich Windprüfer und so weiter alles rein. Das ist auch nochmal ein großer Vorteil und es lässt sich sehr angenehm tragen. Der ein oder andere, dem wird es vielleicht aufgefallen sein, die Schnallen hier, die sind sogar mit Neopren versehen, sodass auch diese keine Geräusche machen. Also auch das ist wirklich auf die Bogenjagd völlig abgestimmt und das solltet ihr euch wirklich mal angucken, super Preispunkt das Gerät oder das Harness und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das war also der Produkttest von dem neuen Elevation Harness. Der Kollege, der da im Hintergrund gerade eben gebellt hat, das ist der Atos, unser Produkttester und derjenige, der für das Mahnwesen zuständig ist und aktuell ein bisschen unzufrieden ist. Wenn ihr Fragen habt zu dem Produkt, meldet euch gerne und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.